Oh, Mia, das war so eine gute Idee hier. Mhm, aber das ist erst der Anfang. Ja, das wird bestimmt cool, wenn wir hier im Café übernachten. Ich hoffe doch. Und hoffen, ich kann kein Gruß im Monster. Ha, ha, ha. Okay, erzählen wir uns jetzt große Geschichten? Natürlich. Also, es war einmal ein Monster. Das war sehr, sehr. Neh mal nicht so viel, dein Würstchen ist schon fast verbrannt. Psst. Dann sollten wir jetzt wohl essen. Mh, ich hab schon so einen Hunger. Mh. Das ist so lecker. Den Stock kannst du wegwerfen. Und dein Würstchen? Mein Würstchen ist ein bisschen verbrannt. Mh. Jetzt ist es trotzdem. Die eine Seite ist ganz gut, aber die andere... Na ja, wir geben's Benji. Okay, ich hol ihn. Benji! Da bist du ja. Hey, Benji. Ja, friss nur. Die Würstchen ist für dich. Alle, Benji. Der Stock ist jetzt weggeworfen. Und jetzt kannst du wieder gehen. Wir müssen jetzt unser Lager vorbereiten. Es wird schon ein bisschen dunkel. Ja, gut, komm. Wir holen was aus dem Haus. Es soll nicht regnen, also können wir hier vorne schlafen. Super. Lass uns die Heuballen wegbringen. Und das Feuer ausmachen. Alles ist fertig. Ich hol jetzt mal die Decken aus dem Haus. Mach das. So, das war ganz schön schwer. Das glaub ich dir. Mein Bett ist fertig. Meins auch? Willst du keine Decke? Nee, das reicht mir schon. Willst du denn jetzt schon ins Bett gehen? Ich bin hundemüde. Ich auch. Aber trotzdem. Komm schon. So früh ums Bett. Es ist erst um zehn. Erst um zehn? Na gut. Aber ich erzähl mir noch eine Gruselgeschichte. Okay. Und die Prinzessin war aufgefressen. Und der Prinz war ganz, ganz traurig. Na, wie fandest du es? Wie fandest du es? Jule? Sie schläft also schon. Na gut, dann schlafe ich jetzt auch. Jule, bist du wach? Sie schläft immer noch. Ich kann einfach nicht einschlafen. Wie kann die hier so gut schlafen? Ach, es bringt nichts. Ich gehe jetzt in den Stall. Es ist ja schon ein bisschen heller. Hector, kommst du zu mir? Hey, mein Lieber. Na? Kannst du auch nicht schlafen? Na gut, ich gehe ja schon ins Bett. Ach, es ist ja schon hell. So schnell? Na, vielleicht habe ich ja doch geschlafen. Jule, aufwachen. Jule, aufwachen. Jule? Was ist denn? Jule, wo bist du? Wo ist sie denn nur? Ich suche jetzt mal. Jule, was machst du denn da? Keine Ahnung. Hier schlafen. Wie kommst du denn da hin? Vielleicht bin ich ja von der Dings hier runtergefallen, aber ich möchte jetzt weiter schlafen. Mann, was ist denn mit dir los? Es ist... Oh, 5 Uhr nachts. Siehst du, jetzt lass mich weiter schlafen. Es ist doch so hell. Es ist Sommer. Du hast recht. Na gut, dann versuche ich auch noch zu schlafen. Ich stelle aber mal einen Wecker, okay? Aber erst um 10. Nein, um 8. Na gut. Und... None. Ja. 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 Was ist das? Raus mit dem Ding. Ach man, ich will noch schlafen. Wer hat das angestellt? Ich glaube, das warst du. Na gut, ich kann jetzt glaube ich nicht nochmal einschlafen. Mh, dann stehen wir jetzt auf und essen Frühstück. Mh, Blaubeerkupcake. Ich esse Erdbeerkupcake. Ich esse kein Cupcake. Ich trinke eine Limonade. Okay. Es war ein sehr leckeres Frühstück. Mh, dann räumen wir jetzt noch das Zeug weg. Das war eine schöne Nacht. Das könnten wir wirklich öfters machen. Mh, wir hoffen euch, hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Guckt auch unsere anderen Videos. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.